Mega krass dabei. Das wird so witzig hier hinten mit Sebastian. Ich werde zu witzig... Oh nein! Oh! Oh! Ich kann nicht mehr, kann nicht. Sepp ist dann voll gegen die Wand gefahren in einem Einführungs-Route. Ja, ist auch schwierig hier. Alter, was ist denn hier falsch? Boah! Oh! Keine Ahnung! Ich weiß es auch nicht. Oh, das ist inkompetent. Aber das werde ich für dich mal auschecken, Peter. Oh! Die Boxengasse. Warum schreist du bei der Boxengasse? Oh! Ich weiß warum! Es wird so ein witziges Chaos, wenn wir sechs Leute sind. Ja, Jack ist ja auch kein Wunder, dass das anstrengend ist, wenn du in der Kurve auf den ersten Gang runterschaltest. Das solltest du nicht. Ja, musste ich, weil ich ein Fehler... Nein, nein, nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Was ist los? Oh nein, Jack ist raus! Was ist los? Ich bin da halt viel zu schnell gefahren. Das war halt einfach Fail. Ja, klar. Irgendwelche Teile, die halt hier rumfliegen. Sepp, hast du noch Teile an deinem Auto eigentlich? Also es fährt zumindest noch. Oh nein! Was ist irgendwas? Irgendwas! Oh nein! Ich konnte nicht mehr lenken! Oh! Ich hatte irgendwas kaputt, was ich nicht mehr lenken konnte. Richtig! Geil! Wir haben zu dritt sieben Runden geschafft! Daumen hoch! Leute, ich hab keine Ahnung von dem Spiel! Ich nehm SS-Reifen! Ja! Ha! Ist ja auch der große Preis! Guck mal auf Deutsch! Was? Was? Das ist ganz so heiß! Blitz-Qualifying! Oh mein Gott, ey! Blitz-Qualifying auf den SS-Reifen! Alles klar! Oh fuck! Ist wahrscheinlich besser so für dich! Ups! Peter! Peter, du machst dir die Werbung kaputt! Peter! So viel dazu! Du kannst jetzt auch mal ein bisschen Platz für mich machen! Aber sicher nicht! Ein Blocker! Yes! Ich wette, dass zwei Leute in der ersten Runde rausfliegen! Ich wette ganz safe fahren, ja? Also ich versuche! Ich fahre! Nicht safe! Oh! Das hab ich vermissen! Ich hab Peter schon mal nicht! Leute, lasst ihr mich durch! Danke! Fischi! Was machst denn du da? Was ist denn dein Problem? Vielen Dank! Gut gefahren, Leute! Du bist bei mir! Ich fahre hinter Peter her! Oh Gott! Oh mein Gott! Peter! Peter ist schon mal ein Fake! Peter ist raus! Nee! Warte denn, Peter! Ja! Alles klar! Wir haben grad schon krass gebremst, die Fotzen da vorne! Alter! Das ist ja richtig übel! Oh Gott! Oh Gott! Pass auf! Ich hab'n Reifen verloren! Du hast'n Reifen verloren! Ach du Scheiße! Der hat'n Reifen verloren! Ich hab'n Reifen verloren! Das macht dann auch für Dalu! Das macht dann, was zur Zeit ist! Ich hab'n Reifen verloren! Ist der jetzt nicht instant wieder von! Ah! Der hat sich gedreht! Der hat sich gedreht! Ich hab'n Reifen verloren! Der hat sich gedreht! Der hat sich gedreht! Der hat sich gedreht! Ich glaube, ich ändere da die Strategie. Du hast da noch einen, oder nicht? Nee. Oh! Das war leider zu früh, Jay. Oh mein Gott. Das war leider zu früh. Wie das Ding da noch eiert. Ja, deliver mal. Boah! Fetter Abflug! Oh, scheiße! Jay hat die Session aufgegeben. Jay ist raus. Ja, aber er hat ja den ersten Platz schon gefahren. Gut, dass die alle in die Box gehen. Nice. Ich nicht. Ich auch nicht. Oh! Alles klar. Oroch ist schwerer zu fahren. Ich würde sagen, ich habe eine Verwarnung bekommen, aber ich lebe noch. Okay. Ich bin aber voll bremsend da durchgelaufen. Alter Vater, ich bin einfach links geradeaus gefahren. Oh. Oh, nee. Hey, Alter, jetzt muss ich voll wagen. Ganz zerfälsch. Hat der mir Intermit jetzt draufgetan? Der hat mir die Grünen draufgetan. Der ist auch okay. Ja. Jetzt bin ich 5, dann kriege ich jetzt. Welche kriege ich jetzt? Ich kriege die gelben? Warum kriege ich denn die gelben? Warum habe ich denn die gelben gekriegt? Weil du das ausgesucht hast wahrscheinlich. Oh! Wie suche ich das denn aus? Das ist nicht gelb noch schlechter. Ich hatte ein Problem. Oh! Nein! 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 Ich bin einmal kurz aufs Grün getickt. Nein! Und das ist so kurz vorm Ende. Ja! Oh! Oh! Was, Jay? Ja, das war sehr knapp. Was? Okay, mein Rennen ist vorbei. Ich raus. Gelbe Flagge. Da kam er dann von der Seite und hab mich dann, oder ich hab ihn weggerannt oder was auch immer. Wie, wie sag ich denn an Boxenstopp? Einfach in dein Mikrofon. In dein Mikrofon. Der nimmt das auf. Boxenstopp! Der checkt das. Boxenstopp! Du musst aber vorher X drücken. Da hab ich. Und du redest wie so eine Krähe. Okay, warum? Boxenstopp. Ich habe nicht verzweifelt. Waaaaaah! Also jetzt musst du wieder auffassen. Oh nein! Ja, die sind ja weit genug weg. Da kannst du abkürzen. Oh nein! Nee, nee! Nein, nein! Ich glaub, hier ist das Mikrofon. Dein Mikro ist gerade nach oben gegangen, oder? Ja! Oh nein, das hat mich jetzt so gedanklich verwirrt. Das hat man auch gerade wie einen Fehler gemacht. Was machst du denn jetzt? Du bist ja im nächsten Boxenstopp, Peter. Ja, so leicht. Das ist, wenn Peter in einem anderen Raum wäre. Du musst halt beim nächsten Boxenstopp machen. Geht nicht anders. Du kannst ja nicht einfach stehen bleiben. Du kannst mit einer Hand fahren auf der Geraden. Nee. Aus jedem Boxending sind Leute rausgekommen. Warum krieg ich denn weiß Reifen? Ich hab doch... Was schlagt denn ihr mir vor? Das hat weiße Reifenspferd. Ich muss es mit auf den Reifen, muss ich es bis zum Ziel schaffen, hat der mir gesagt. Ich glaub, da wirst du noch auf Grüne wechseln müssen. Das hatten wir im letzten F1 auch schon diverse Male. Das war sehr... Das kann doch nicht sein. Ich kann mich noch erinnern, dass der es mal hat. Das kann doch nicht sein. Gut, dass wir die Trainings machen, weil dann wissen wir jetzt... Peter kriegt die richtigen Reifen. Da steht ein weiße Reifen. Wer kriegt so wieder weiße Reifen? Fertig, los jetzt. Wollt ihr mich verarschen? Was ist das für eine Scheiße? Ich fahre einfach in die Box. Ich habe nicht mal was bestätigt oder so. Und der sagt mir, wir sollten, wir sollten Allwetterreifen nehmen. Das musst du bestätigen, ne? Das musst du bestätigen mit den Allwetterreifen. Ja, als ob. Was ist das? Der gliedert schon. Wenn der Computer fährt, schlödert es. Wow. Oh. Ja, ich glaube, zwischen gelben und weißen macht das keinen großen Unterschied, wie trocken das wird. Ich hoffe, die kriegen das hin, jetzt den richtigen Reifen zu wechseln, ja? Guck mal. Was stehen denn da für Reifen, Sef? Ich habe denen gesagt, Reifen wechseln. Da stehen... Weiße? Da stehen blaue. Blaue. Fahr raus. Fahr jetzt raus. Lernst du aber auch nicht aus deinen Fehlern, ne? Was denn? Ich habe Reifen wechseln gesagt. Ja, und welche Reifeln hast du denen gesagt? Ich habe eine Strategie von denen angenommen. Ja, und mir sagen sie nix. An die Box gefahren. Was? Nein! Ich habe gesagt, Taktik ändern. Und dann sagt er, wir stellen jetzt deine Flaps auf plus eins. Flaps? Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwelche Winddinger. Du sollst eher mal gucken, was da für Reifen stehen. Ich glaube, da stehen wieder blaue. Da steht schon wieder blaue. Ja, natürlich, weil er die Flaps ändert. Boah, ich muss mir erst mal die Sprachkommandos alle raussuchen und fest an meinen Bildschirm kleben. Ich finde aber gut, als ich zur Sicherheit nochmal blaue Reifen genommen habe. Ey, Palmer! Ach, ernsthaft? Ich komme von rechts. Ich komme von rechts. Oh, Junge! Drei Leute! Das ist der nächste. Oh, Peter, gewonnen! Nice! Fuck you. Kann sogar Theo... Ich weiß gar nicht, ob das sein kann. Ich weiß nicht. Ich bin kaputt. Ich habe mich verbremst und dann kam von links einer an. Also, ich konnte ja nicht mehr machen. Oh, der kriegt das Safety Car. Das geht. Ey, Palmer! Hier piepte. Äh, sorry. Nein! Oh, toll, ey. Oh, mein Gott. Da hat einen rumgelegt. Ey! Loll, Bram hat geschossen. Bram hat auch nicht geschossen. Ich habe nicht geschossen. Du hast gar keinen Scham gekriegt, du Bobby. Alter, ich habe geschossen. Ich habe nicht geschossen.